So meine lieben Freunde, herzlich willkommen hier wieder natürlich zu eurer täglichen News-Transfers, täglichen Dosis-Transfer-News, so rum halt muss es richtig heißen. Ich bin noch etwas müde von dem wilden Talk gestern. Ich kann euch erstmal, das muss ich jetzt mal bewerben, hier nur ans Herz legen. Auf meinem Zweitkanal, also dem Streaming-Highlights-Kanal, ist der erste Teil online. Ich hatte gestern fast sechs Stunden Talk bis in die Nacht rein mit einem Bundesliga-Fußball-Analyst, der das beruflich macht. Wir haben vor allem am Anfang über Hertha natürlich gesprochen, aber eben auch über seinen Job. Und im zweiten und dritten Teil geht es dann über alle Bundesligisten. Es geht auch um Werder und so weiter, hat er mal seine Einschätzung gegeben, auch taktischer Natur. Das ist super interessant, könnt ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen, verlinken wir euch auch unten. Und was ihr unbedingt machen solltet mal als Werbung heute nicht für den Kanal, aber gerne hier natürlich auch abonnieren und liken. Nico, wie viele Abos brauchst du doch bis zu den 20.000 auf deinem Hauptkanal? 80. 80. Also, Leute, das werden wir wohl bis morgen hinkriegen. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn Nico da die 20.000 knackt. Das wäre richtig, richtig cool. Und mit diesen tollen Nachrichten würde ich sagen, gehen wir mal rein in die Themen, die wir heute haben, weil wir haben auch heute wieder eine schöne Liste an Spielergerüchten. Und ich beginne einfach mal, da nehmen wir heute mal meine Reihenfolge. Wir haben Kim von Neapel, der ist bei Bayern im Gespräch. Van de Ven ist bei Liverpool im Gespräch, von Wolfsburg. Kai Havertz, erst der mit Real in Verbindung gebracht, jetzt mit Arsenal. Rhys Nelson, da sagen wir ein bisschen was zu. Dann Quarteng, der soll vor einem Wechsel zu Bochum stehen. Maximilian Philipp, Boetius, André Silva, Luque Bacchio, Nicola Barrella und James Madison. Das sind die Themen. Und in der Reihenfolge werden wir auch darüber sprechen, dass ihr euch da so ein bisschen zeitlich orientieren könnt. Möchtest du noch was sagen, mein Lieber? Ja, Ankündigung für Dienstag. Dienstag unbedingt beim Live-Talk dabei sein. Können wir hier schon mal vorweg sagen. Spieler, der noch vor nicht allzu langer Zeit bei einem Bundesliga ist unter Vertragsstand, ist gewechselt nach Amerika und bei uns zu Gast und erzählt uns ein bisschen was darüber. Das mal kurz als kleinen Teaser. Gerne Deutschschau oben da lassen und dann können wir gerne loslegen. Ja, lass uns mit Min Jae Kim beginnen. Für mich auch einer der besten Innenverteidiger der Welt momentan. Südkoreaner, spielt beim SSC Neapel und hat da noch Vertrag bis 2025. Aber laut Transfermarkt haben beide Seiten die Option, um zwei Jahre bis 2027 zu verlängern. Also sowohl der Verein als auch Kim selbst. Und jetzt soll Bayern an ihm Interesse haben. Da gibt es ja immer mal wieder Gerüchte um Abgänge von Pavard, vor allem auch Hernandez. Das ist ja schon relativ erhärtet. Haben wir ja gestern im Talk darüber gesprochen, wo es eventuell 60 Millionen plus Boni geben könnte. Und Kim hat laut Transfermarkt einen 50 Millionen Marktwert. Und trotz dieser Verlängerungsoption von Neapel soll er wohl laut Kicker für 50 Millionen auch zu Bayern wechseln können. Was hältst du denn von Kim? Ich meine, die sind jetzt Meister geworden, haben ja echt eine krasse Saison gespielt und da hatte er ja nicht unerheblichen Anteil. Wie würdest du diesen Transfer finden? Ich finde es erstmal krass. Er kommt ja jetzt erst ins beste Fußballalter, 26. Also auf jeden Fall noch ein Spieler, für den du die nächsten Jahre auch planen kannst. Was ich aber bemerkenswert finde, ist, dass er mit 26 seinen Marktwert von 14 Millionen auf 60 Millionen hochgeschraubt hat in einer Saison. Also wir reden jetzt nicht davon, dass er seit Jahren irgendwie konstant nach oben wackelt, sondern von 14 Millionen auf 60 Millionen. 50 ist er jetzt aber, ne? Ne, 60 Millionen bei Transfermarkt steht hier. Bei mir steht es 50. Oder haben die jetzt heute eine Anpassung gehabt? Dann haben die heute eine Anpassung. 15. oder 6. Heute? Ja, dann war es gestern noch 50. Dann ist er jetzt schon 60 wert, laut Transfermarkt. Und wenn Bayern den für 50 bekommt, wäre das natürlich krass, ja. Erzähl weiter. Absolut. Und da ist ja das, was ich eben meine, überleg mal, Neapel selber hat 18 Millionen bezahlt bei dem 14 Millionen Marktwert, leicht drüber, aber passt ja zu Fenerbahce. Und jetzt also so nach oben geschraubt, das ist schon der Wahnsinn. Und man muss auch sagen, ich habe immer wieder so Highlights von dem gesehen, auch für die Leute, die FIFA spielen werden, den auf dem Schirm haben, weil der immer wieder Spieler des Monats geworden ist, Team-of-the-Season-Spieler, also wirklich eine wahnsinnige Saison auch gespielt hat, muss man ganz klar sagen. Hat zudem, dass er Innenverteidiger ist, noch zwei Tore und zwei Vorlagen gemacht. Das wäre ein richtiger Brocken-Transfer, wenn Bayern den kriegen würde für Hernandez. Ist ein völlig anderer Spielertyp, muss man auch so sagen. Bei Hernandez reden wir eher so von klein, quirlig, schnell, beweglich. Und bei Kim reden wir wirklich von Kante Kim. Also das ist wirklich ein Typ, 1,90 groß. Mit Sicherheit hat er auch ein ganz gutes Grundtempo noch, aber nicht zu vergleichen mit Hernandez. Zumindest jetzt mal so aus meiner Einschätzung. Ist einfach ein ganz anderer Spielertyp Innenverteidiger, auch wenn es dieselbe Position ist. Aber würde eher so in der Richtung von Delict auch gehen, von der Statur her, anstatt halt in diesem beweglichen Part. Ist ein Brocken, auf jeden Fall. Soll ja auch halb Europa hinterher sein angeblich, ne? Ja, es wäre eine richtig stabile Abwehr mit Delict zusammen. Wie du schon sagst, richtiger Brocken, richtig stark in Luft- und Bodenzweikämpfen. Hat auch eine sehr, sehr krasse Passquote, obwohl er auch wirklich viele, wie man ja heutzutage immer sagt, progressive Pässe spielt. Aber hat echt eine krasse Passquote, 91 Prozent und in der eigenen Hälfte, glaube ich, über 94 Prozent. Das ist so wirklich eine unglaubliche Quote für einen Innenverteidiger. Und der spielt eben nicht nur drei Meter quer Pässe. Also da kriegst du echt, wenn du den verpflichten kannst und der so performen kann wie bei Neapel, dann haben die da echt ein richtig krankes Bollwerk mit Delict und mit Kim. Und wenn es so stimmt, würden die ja sogar noch Plus machen mit dem Transfer von Hernandez. Also wie wir gesagt haben, musst du sofort so abwickeln. Also wäre richtig gut. Absolut. Eins zu eins der Sätze kann man genau so machen. Ja, und der nächste Spieler ist auch wieder ein Innenverteidiger, der bei Liverpool im Gespräch ist, nämlich Van de Ven. Den finde ich ja sowieso schon sehr interessant, hat, finde ich, auch eine gute Saison gespielt. Besticht ja vor allem dadurch, dass er eben noch sehr jung ist. Und er ist auch ziemlich schnell. Deswegen kann er nicht nur linker Innenverteidiger spielen, sondern eben hat auch schon Außenverteidiger gespielt. Ist wie gesagt, er ist 22 Jahre alt, hat eigentlich auch gerade erst verlängert bis 2027 bei Wolfsburg. Hat jetzt aber in einem Interview gesagt, ich fühle mich hier wohl, aber wenn ich die Möglichkeit habe zu gehen, würde ich das gerne tun. Also das klingt ja eher so, als ob er den ersten Halbsatz nur sagt, damit er nicht gleich komplett gehatet wird. Also gerade erst verlängert und bei Liverpool im Gespräch, weil Jörg Schmattke ja da hingegangen ist, um sportlich auch zu beraten, was Transfers angeht. RB und AS Rom waren übrigens auch Gerüchte. Und das Krasse bei ihm ist, da siehst du wieder England und natürlich langer Vertrag und viel Potenzial. Ich weiß gar nicht, wenn die Marktwerte heute angepasst wurden, vielleicht hat er jetzt auch einen anderen Marktwert. Der war gestern noch bei geschätzten 18 Millionen, doch ist gleich geblieben. Laut Kicker wollen die Wölfe rund 40 Millionen haben, was jetzt erstmal voll übertrieben klingt. Aber es wäre jetzt auch nicht komplett ungewöhnlich bei der Vertragslaufzeit, die er hat und vor allem bei dem Alter, was er noch mitbringt und dass er eben nach England wechselt. Was hältst du von Van de Ven? Ich finde es erstmal lustig, dass er mit 1,93 auch Außen kann. Habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Wenn man sich dann vorstellt, von der Statur her 1,93. Aber ja, absolut talentierter Innenverteidiger, das kann man auf jeden Fall mal sagen. 18 Millionen Marktwert ist natürlich auch schon trotzdem eine Menge. Nach einer guten Saison bei Wolfsburg, also das geht auf jeden Fall schlechter auch. Er hat sein Marktwert ja auch jetzt krass gestiegen. Dass der auf dem Radar landet bei anderen Klubs, ist glaube ich demnach eh klar. Aber 22 Jahre, Junge, da zahlst du halt, da haben wir gestern erst drüber gesprochen, bei sowas zahlst du halt immer auch in die Perspektive. Weil das ist halt ein extrem junger Spieler. Ich fand die Aussage auch sehr interessant mit dem, ja sonst bleibe ich halt noch ein Jahr. Also fühle mich ja an sich in Wolfsburg wohl, würde aber auch gehen. Also ich glaube schon, dass er, wenn es jetzt nur nach ihm geht, würde er schon tendenziell dieses Jahr auch wechseln, die Saison wechseln. Und es ist halt die Frage, ob dann Liverpool oder was dann da noch sich so auftut im Hintergrund, was man vielleicht nicht so weiß. Als Interessenten sind ja wohl Bayern, Liverpool, RB und Rom. Bayern auch, ja. Ja, dieses interessante holländische Kombi, niederländische Kombination mit De Ligt, wäre vielleicht auch interessant. Ja, auf jeden Fall. Aber wenn die Kim kriegen können, ist das natürlich ein anderes Kaliber, muss man schon sagen. Bei Liverpool ja auch holländische Kombi mit Van Dijk. Van Dijk, das stimmt. Nächster Spieler ist Kai Havertz, der ja wohl bei Real Madrid im Gespräch war. Da hieß es so, um die 60 Millionen, er hat ja wohl seinen Wechselwunsch hinterlegt. Und jetzt soll Liga-Konkurrent Arsenal interessiert sein, die ja auch schon Jorginho von Chelsea verpflichtet haben. Und Chelsea hat ja da irgendwie eh einen riesigen Kader, wo sie jetzt mal gucken können, wie sie da Tetris spielen. Geschätzter Marktwert bei Kai Havertz mittlerweile 60 Millionen, ich glaube damals ja für rund 100 Millionen von Leverkusen gewechselt mit den Boni-Zahlungen. Und Chelsea will jetzt wohl laut Kicker 80 Millionen, Sky hat von 70 Millionen geredet, also knapp 60 Millionen Pfund. Und ja, könnte dann neben Declan Rice ein weiterer hochkarätiger Neuzugang sein, der auch vor allem, wenn man jetzt den Arsenal-Transfer anschaut, die Premier League schon kennt. Also dann sieht man, die sind ja auch an Caicedo dran, also die schauen gerade nach Verstärkungen und auch echt stabilen Verstärkungen, die, ja, sage ich mal, Premier League-Erfahrung haben. Bei Kai Havertz, finde ich, würde auch Arsenal irgendwie besser passen, ich weiß nicht warum, aber finde ich als Real Madrid könnte ich mir dann gut vorstellen, so mit Oedegaard zusammen auf einer Doppel-Acht oder so. Oedegaard hat ja eine fantastische Saison bei Arsenal gespielt. Wie siehst du das? Was findest du, passt besser zu Kai Havertz, Real, Arsenal? Ich sage mal so, bei Arsenal müsste er ja zumindest nicht umziehen, ne? Ich glaube, das wird der gleiche Weg sein, Sophie mal Daumen. Ja, ich glaube, es hängt extrem davon ab, was er selber will. Ich glaube, er wird diese Angebote haben, die werden wohl irgendwo da ja auch auf dem Tisch sein. Ich glaube, dass er mit seinem Berater in so eine Richtung auch gegangen ist, dass er gesagt hat, ey, das und das favorisiere ich, ne? Und darauf wird es eben extrem ankommen. Wenn er sagt, ey, er möchte eigentlich grundsätzlich in der Premier League bleiben, dann ist Arsenal ein sehr guter Weg, glaube ich. Davor würde ich mich eh freuen, wenn er dann von Chelsea auch weg ist und woanders spielen würde. Bei Arsenal kann er sowas werden wie damals halt mit Özil, ne? Auch wenn viele da ja Özil am Ende hindern, immer gesagt, ja, so und so. Aber am Anfang war es schon krass, auf jeden Fall. Und sowas könnte ich mir auch bei Havertz vorstellen, kann mir aber immer noch grundsätzlich auch real vorstellen. Also so vom Grundsätzlichen her, aber halt nicht als Stürmer, das muss man halt auch sagen, ne? Und bei Arsenal würde ich ihn auch eher in so einer offensiven Acht oder je nachdem geben, die ihm halt so eine Extrarolle dann im Mittelfeld, ne? So als Freigeist in so eine Richtung halt, kann ich mir das sehr gut vorstellen, ja. Ich fände die Kombi mit Oedegaard echt mega interessant. Ich glaube, er wird auch Arsenal machen. Wäre auch eine technisch gute Kombination, ne? Also Oedegaards Technik mit Havertz ist schon, kannst du auf jeden Fall ein Spiel mit lenken. Braucht Arsenal eventuell, ich meine, Gabriel Jesus ist ein guter Stürmer, aber vielleicht nochmal so einen richtigen, richtig krassen Stürmer. Mal gucken. Wobei Gabriel Jesus ja gerade am Anfang auch eine gute Saison gespielt hat. Ein weiterer Spieler von Arsenal, den wir auch aus der Bundesliga kennen, der tatsächlich, da muss man sich mal vorstellen, vor zwei Jahren noch bei Hertha im Gespräch war. Rhys Nelson kommt nicht so richtig auf Einsatzzeit bei Arsenal. War ja, wie gesagt, mal an Hoffenheim ausgeliehen. Ich glaube, da hat er ja auch in einer Saison sieben Tore gemacht. Kam jetzt wettbewerbsübergreifend nur auf elf Spieler, hat trotzdem drei Tore, zwei Vorlagen beigesteuert. Der Vertrag läuft aus und er will, also man weiß noch nicht ganz, was er will, Arsenal will aber verlängern. Jetzt könnte aber AC Mailand dazwischen grätschen, denn die haben großes Interesse, sind sowieso sehr, sehr viele Klubs da, die ihn interessiert. Ich meine, ablösefreier junger Flügelspieler, ist ja klar. Aber AC Milan ist bei ihm im Gespräch. Hast du ihn noch auf dem Schirm aus der Bundesliga? Ja, auf jeden Fall. Ist vor allen Dingen halt 23 erst. Also auch wieder ein Name, den man halt kennt. Ist aber halt eben extrem jung, ablösefrei. Ich glaube, dass da einfach allgemein viele Klubs dem auf dem Zettel zumindest haben. Sollte klar sein. Also wie gesagt, ist ein 23-jähriger Engländer. Wir kennen das ja. Spielt der eine richtig gute Saison. Dann ist der auch mal schnell deutlich mehr wert als sieben Millionen. War ja auch schon mal 17 Millionen wert. Und der, also Namen, nur mal um da mal so vorzulesen, wer alles hier als Fragezeichen-Klub steht. West Ham, Fulham, Brighton, Milan, Arsenal, selber, Brighton. Ne, Brighton habe ich ja gerade schon. Ja, genau. Das, um nur mal so eine Namensplatte vorzulesen. Plus ja auch immer Namen, die im Hintergrund auch noch laufen. Also die man jetzt gar nicht so in der Öffentlichkeit mitbekommt. Sehr interessanter junger Mann. Frage ist, was er dann eben jetzt machen will. Macht das Sinn, bei Arsenal zu verlängern? Oder halt diesen anderen Weg vielleicht dann zu gehen? Ich glaube, dass er so ein Spieler auch ist, wo man sagt, wenn er jetzt diesen einen Schritt zurück macht und dann irgendwo als Stammspieler vielleicht auftürmt, würde das einen Mehrwert geben, als bei Arsenal zu verlängern. Es sei denn, man macht wieder dieses Verlängern und nochmal Verleihen. Leihen kennt er sich ja mit aus. Verleihen kennt er sich mit aus, ja. Und wenn AC Mailand jetzt bei ihm zuschlagen sollte, dann, ja, er ist ja rechtsaußen. Ich meine, Luke Bakio kann auch woanders spielen, aber AC Mailand war ja auch bei Luke Bakio angeblich im Gespräch, unter anderem. Luke Bakio ist ja jetzt sowieso jeden Tag bei uns, weil da jeden Tag neue Gerüchte kommen. Ich kann ja nochmal sagen, der Kicker hat jetzt nochmal drüber berichtet, Antwerpen war ja mal ein Gerücht, was dann der Berater dementiert hat. Dann war AC Mailand ein Gerücht, Inter, AS Rom. Und jetzt kommen als Gerüchte auch noch Bologna und Villarreal dazu. Passt eigentlich ganz gut, was du gesagt hast, dass du ihn schon in Spanien siehst, dass es da auch Angebote gibt. Mit Italien gibt es irgendwie anscheinend viele Angebote, obwohl das halt eine Liga ist, ja, die defensiv eigentlich taktisch ziemlich stark ist. Gibt es da viele Angebote für Luke Bakio. Ich dachte ja auch immer, dass da irgendwie England dran interessiert sein könnte, aber bisher wirklich hauptsächlich Italien und Spanien, die da so aufgerufen werden. Und Milan, wenn die jetzt Ries und Helson holen sollten, ablösefrei, dann glaube ich nicht, dass die da noch groß Interesse an Luke Bakio hätten. Nee, das glaube ich auch nicht. Eventuell dann vielleicht bei Inter könnte dann wieder dieses Thema sein. Da ist ja auch Gosens übrigens auch wieder so im Gespräch überall. Also die Inter könnte sowieso auf paar Positionen viel Veränderung erwarten. Und weil die ja einen neuen Sturm bauen, kann es zum Beispiel sein, dass Inter vielleicht auch bald mehr auf Flügel dann spielt. Nicht mehr vom Doppelsturm, sondern so ein bisschen da weg geht. Das wird alles noch interessant sein. Aber ich sage ja, so Flügelspieler, Stürmer diesen Sommer, die sind, glaube ich, ganz schön gefragt und demnach eigentlich auch teuer. Ja, mal gucken. Manchmal ist es halt so, es gibt nur viele Gerüchte, aber es passiert ewig nichts. Ich hoffe natürlich aus meiner Hertha-Sicht, dass diese vielen Gerüchte dafür sorgen, dass man eben trotz nur noch einem Jahr Vertrag eine ganz gute Ablöse erzielen kann. Aber du siehst, er hat eben durch eine letzte gute Saison eben doch noch einen ziemlich großen Markt. Also ich glaube, wir haben bisher keinen Spieler, wo es mehr Gerüchte gibt als bei Luka Bakio. Absolut. Dann noch ein Spieler, der jetzt eine Halbserie bei euch gespielt hat, Maximilian Philipp. Da wurde jetzt auch nochmal berichtet vom Kicker, dass Wolfsburg wohl auf gar keinen Fall mit ihm plant. Waldschmidt haben sie ja jetzt auch abgegeben. Im Winter wollten sie noch nicht beide abgeben. Jetzt wollen sie beide abgeben und dann eben auf der Position teilweise auch neu planen. Auch wenn es natürlich unterschiedliche Spielertypen sind, aber könnten relativ ähnlich eingesetzt werden. Wie sieht es aus bei Bremen? Nicht so wirklich Interesse, den festzuverpflichten. Du bist jetzt auf Philipp gesprungen, ne? Ich war jetzt hier bei... Warte mal, ich muss mal kurz das tauschen einmal. Ich war ganz schon verwirrt. Kein Problem. Philipp. Ja, Philipp ist außen vor bei Werder. Also bei Werder, Clemens Fritz hat sich wohl auch dazu geäußert gehabt. Allgemein kam jetzt ein Bericht raus, dass Werder wohl Abstand davon nimmt. Und man hat ja lange darüber noch geredet, dass je nachdem, was sich bei Werder im Sturm tut, das nochmal ein Thema werden kann, aber auch dann finanziell viel mit bei sein müsste oder reinfließen müsste. Soll wohl aber jetzt gar kein Thema mehr sein. Also man ist wohl wirklich komplett jetzt auf Abstand da gegangen. Und ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass Philipp eine Zukunft in Wolfsburg hat, auch wenn er bis 2025 noch Vertrag hat. Ja, ich gehe schwer davon aus, dass wenn es keinen passenden Abnehmer für komplett gibt, dann wird er verliehen. Aber mit einer Kaufoption. Also ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass Wolfsburg ihn jetzt einfach nur so noch verleiht, sondern dann eher Richtung Kaufoption sowas versuchen. Wie lange hatten der noch Vertrag? 25? Ja, 25. Einmal könnten sie ihn noch verleihen. Ist die Frage, ob da wirklich jetzt noch Bundesligisten daran interessiert sind oder ob er dann wieder mal den Weg ins Ausland macht. Hat er ja auch schon gemacht, war ja auch unter anderem schon in Russland. Mal gucken, was da mit ihm passiert. Aber er konnte sich auch nicht wirklich in Szene setzen bei Bremen, muss man auch sagen. Hatte da dieses eine ganz gute Spiel, aber konnte dann nicht mehr richtig anknüpfen. Hat natürlich auch eine Konkurrenz gehabt im Sturm. Ja, aber er hatte ja seine Chancen danach, das muss man ja so sagen. Völkow war dann verletzt und selbst dann ist er hinter Romano Schmid, der kein Stürmer ist, den man dann lieber gespielt hat als Philipp. Das war schon Ausrufezeichen. In diesem einen Spiel, wo er so mega war, da war der ja wirklich richtig, richtig gut. Der hätte ja noch fast ein Seilverziehertor gemacht. Wenn der noch reingegangen wäre, wäre der jedem Bremer sowieso noch mal ganz anders im Kopf geblieben. Aber so ist es halt dabei geblieben, ein Spiel, ein richtig gutes Spiel, ein Tor und das war es halt. Also menschlich hätte der Super nach Bremen gepasst, aber die Leistung war einfach ganz weit weg von Konstanz genug. Ja, auf jeden Fall. Und wie du schon gesagt hast, die Chance war ja dadurch die Verletzung von Völkrug. Ja, jetzt ein Spieler, da werden sich einige richtig ärgern, dass sie den nicht bekommen haben. Da waren sicherlich sehr, sehr viele Bundesligisten und auch Zweitligisten daran interessiert. Quarteng, der wirklich eine tolle Saison gespielt hat bei Magdeburg und auch entscheidenden Anteil daran hatte, dass Magdeburg sich so krass sportlich auch weiterentwickelt hat unter Tietz. Der soll jetzt angeblich laut Bild zu Bochum wechseln. 25 Jahre ist er jetzt alt, ist ja sehr flexibel einsetzbar, weil er eben auch beidfüßig ist. Er kommt gerne halt über das zentrale Offensive Mittelfeld, spielt aber auch öfter mal Flügel, kann sogar Achter spielen oder Linksaußen. Ein geschätzter Marktwert, 900.000, Vertrag ein Jahr noch. Trotzdem ist eine Million plus Boni im Gespräch. Da sieht man wieder, der hat eine tolle Saison gespielt und hat Interesse geweckt. Natürlich, auch wenn er nur ein Jahr Vertrag hat, kann man den da über den geschätzten Marktwert verkaufen. Und das ist auch völlig gerechtfertigt nach so einer Saison für meine Begriffe plus diese Boni-Zahlungen. Er kam ja jetzt in der Saison in 29 Spielen auf zehn Tore und drei Vorlagen. Also muss ich mal wirklich Chapeau sagen, wäre ein richtig krasser Transfer für Bochum. Die haben auf den Außenhand wie Ajay Asano, Holtmann wollen sie abgeben. In einer Zentrale haben sie Stöger, aber kriegen da noch mal viel mehr Flexibilität rein. Vielleicht spielen sie auch Doppel, Acht oder so mit ihm. Also das wäre schon ein sehr, sehr cooler Transfer. Und hat ja auch, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, einige Bundesligisten auch ausgestochen. Man muss vor allem auch noch dazu erwähnen, das ist der teuerste Neuzugang von Bochum seit 15 Jahren. Echt? Seit 15 Jahren hat Bochum nicht mehr eine Million plus ausgegeben. Können wir nicht von uns behaupten. Ja, das ist wirklich ein Ausrufezeichen-Ding. Ist es aber auch vollkommen gerechtfertigt, weil A, der Etat von Bochum wurde erhöht, worüber wir ja schon ein paar Mal gesprochen haben. B, ist das eine vielseitige Verstärkung. Kannst du vielseitig einsetzen. Ich sehe ihn viel eher zentral, muss ich sagen, als auf den Außen. Weil ich finde auch einfach, da macht er seine besten Spiele, kann ein Spiel lenken, ist technisch unfassbar gut. Ich habe den ja oft gelobt, habe auch gesagt, das ist ein Spieler, den ich auch bei Bremen nehmen würde. Da sind wir wieder bei einem der vielen Spieler von meiner Liste, die ich auf Bremen messe. Ich habe ja praktisch, könnte ein Katalog schreiben, wenn ich alles bei Bremen nehmen würde. Aber für Bochum ist es ein toller Transfer und ich glaube, dass er sich auch durchsetzen wird. Man muss halt da wirklich auch mal überlegen, dass Quatscheng in der Saison 21, 22, zwischenzeitlich keinen Verein gefunden hat. Ist von Hamburg 2 ablösefrei gewesen, hat nirgendwo einen Verein gefunden. Dann kam Magdeburg und hat jetzt sich auf dem Radar wieder gespielt. Genau so kann es dann auch mal laufen. Unter anderem Basel, Stuttgart, Bochum und Gladbach waren da mir interessiert. Ja, Bochum macht das Rennen, ist eine kluge Entscheidung auch, weil bei Bochum hat er am ehesten das Potenzial, auch Stammspieler zu werden. Und somit geht er den nächsten Karriere-Schritt, ist 25. Wer weiß, wenn er eine gute Saison bei Bochum spielt, wohin er da mit 26 vielleicht auch geht, ganz ehrlich. Finde ich auch eine richtig smarte Entscheidung von ihm. Absolut. Passt auch, finde ich, da super hin und das ist wirklich so. Ich habe ja gestern viel auch mit ihm über Abstiegskandidaten gesprochen, wo man eher sagt, ja, Bochum, Heidenheim und Darmstadt. Mit ihm? Mit Quatscheng? Nee, mit Benni. Und das sind natürlich die ersten Namen, die man nennt, ist ja klar, von den Etats und so weiter, auch wenn Bochum den erhöht. Aber wenn die so eine Transfers tätigen und der Trainer mit einer Vorbereitung nicht jetzt einfach nur eine kurzzeitige Eintagsfliege war, was es ja auch immer gibt für ein halbes Jahr mal, sondern wenn der weiter so arbeitet mit so einer Mannschaft und die sich dann punktuell so verstärken, das wäre schon richtig krass. Ich frage mich nur so ein bisschen, die haben ja auch Daschner verpflichtet, wie sie den dann einplanen. Der könnte es, also wäre dann wahrscheinlich, wenn die irgendwie mit Doppelacht oder so spielen wollen, wie du gesagt hast, für die Zentrale, wäre dann wahrscheinlich ein Zweikampf zwischen Daschner und Quatscheng. Und dann kriegen sie halt auch in der Breite langsam echt einen deutlich besseren Kader. Ich bin gespannt, was sie noch für Transfers machen. Da sieht man mal, wie essentiell es für Bochum war, an der Liga zu bleiben, weil sie jetzt eben einen ganz anderen Status haben und eben diese sehr, sehr gut Performenden in der zweiten Liga dann teilweise auch wegschnappen können, weil diese Spieler wissen, wie du gerade gesagt hast, ja, ich kann auch zu Stuttgart wechseln. Das wäre ja sogar sein Ex-Klub, da kam er ja her. Oder vielleicht gab es sogar wirklich Interesse von Gladbach, aber spielen würde ich wahrscheinlich eher da und bin in einer funktionierenden Truppe und das ist echt nicht schlecht, muss ich sagen. Genau, wie du es gerade gesagt hast. Aber ich glaube, dass das eventuelle System auch umgebaut wird bei Bochum. Nehmen wir mal an, zum Beispiel, die würden auf eine Raute gehen, dann hast du zwei Achter und ein ZOM frei. In so eine Richtung könntest du ja auch bauen, rein theoretisch zumindest. Oder könntest du auch einen Stöger oder auch Quatscheng als hängende Spitze spielen? Wer weiß, was die vorhaben. Aber das ist auf jeden Fall mal ein Transfer mit Breite und gut gedacht, auf jeden Fall. Boetius bei Hertha, ne? Hat er überhaupt nicht überzeugt, leider. Aber war immer wieder mal so ein Gespräch in den Medien. Wäre schon einer, den Hertha gerne mitnehmen würde in die zweite Liga. Krux soll so ein bisschen das Gehalt sein, was ich mir auch vorstellen kann, weil er kam ja ablösefrei, gab es bestimmt eine ganz gute Signing-Fee oder ein gutes Gehalt. Dadurch, dass man halt in der Zentrale viele Abgangskandidaten hat, also mit Toussaint, mit Suat Serda, mit vielleicht Holger Cigerci, da hatte man dann so gedacht, ja, er hat keine gute Saison gespielt, aber vielleicht läuft es in der zweiten Liga, wo man mehr Ballbesitzer haben muss, zwangsläufig, wenn man oben mitspielt, besser. Der soll jetzt aber laut Kicker, das ist auch eine wilde Klausel, eine Klausel haben, nach einem Jahr, also jetzt, seinen Vertrag eigenständig kündigen zu können, sodass er quasi ab 1.7. dann ablösefrei wäre. Also müsste man ja dann relativ schnell wissen, spätestens in 16 Tagen, ob diese Klausel dann gezogen wird. Wäre natürlich jetzt zum einen nicht so toll, also du kannst es auch von zwei Seiten sehen. Einerseits, wenn er wirklich ein hohes Gehalt hat, wirst du ihn halt los, weil er selber diese Option zieht und muss nicht weiter sein Gehalt zahlen. Andersrum, du kriegst halt keine Ablöse, auch wenn du selber keine Ablöse letztes Jahr gezahlt hast. Es ist dann halt auch schwer, einen Ersatz zu finden, weil wir müssen ja sowieso einen Transferüberschuss erzielen. Also obwohl ich Boetius wirklich kritisch gesehen habe und kritisch sehe, ist das trotz dieses Gehaltes, was man einsparen würde, natürlich, wenn man an die Kaderplanung denkt, auch nicht toll für uns. Boetius ist halt ein Missverständnis ein Stück weit auch gewesen. Wir haben ja beide damals so ein bisschen auf ihn geschielt auch. Ich hätte den damals ja auch genommen, weil er hat Ablösefrei, Ablösefreie Spieler in so einem Radius, die sind ja immer irgendwo auf dem Schirm oder müssen auf dem Schirm sein. Und Boetius hat ja eigentlich als vielversprechendes Profil auch gegalten. Als Zehner, den du auch auf dem Flügel spielen kannst, temporeich, trickreich, bringt ja viel mit sich. Und eigentlich, wenn man mal überlegt, ihm ging es ja darum, eigentlich auch nach Mainz, der wollte eventuell auch den nächsten Schritt machen. Also da ist er halt ganz weit jetzt weg von. Und das hat er sich, glaube ich, auch anders vorgestellt. Oder das heißt, glaube ich, ich glaube, da können wir uns aus dem Fenster lehnen, das wird so sein. Ist mit dem Markler damals von sechs Millionen gekommen, hat jetzt noch einen Markler von zwei. Und hat keine Torbeteiligung in 21 Einsätzen gehabt. Das ist natürlich hart. Ich glaube, das Jahr ist allgemein nicht so rund für ihn verlaufen, muss man auch so sagen. Aber klar, wenn es so sein sollte, dass er mit in die zweite Liga geht, bin ich mir sicher, dass es einer der Topspiele auch sein könnte. Das ist klar. Ich glaube, dass er dort viel mehr Flexibilität reinbringen könnte auch. Dass er auch mit seinen Techniken und seiner Ballführung mehr machen kann als jetzt in der ersten Liga noch. Aber das Gehalt ist ein Riesenthema wahrscheinlich. Also entweder hat er eine Klausel drin, wo du dann sagst, okay, zweite Liga, oder muss man vielleicht nachverhandeln. Aber sonst, ich würde auch jetzt nicht auf Biegen und Brechen alles dafür tun, dass er mit runterkommt. Nee, aber man hatte sich halt erhofft, ja gut, wenn es jetzt keine Angebote gibt, nimmt man ihn mit runter. Und wenn es ein Angebot gibt, kriegst du wenigstens vielleicht nochmal ein, zwei Millionen für ihn. Sodass du dann dich ein bisschen neu orientieren kannst. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Die Gehälter der Spieler sollen ja wohl bei uns so sein, die nicht so gut verdienenden 30 Prozent weniger an der zweiten Liga und die Topverdiener alle 40 Prozent weniger. Ich kann aber nicht einschätzen, was er bekommt. Vielleicht hat er zwei Millionen Gehalt oder so, was ja schon relativ hoch wäre dann auch in der zweiten Liga. Mal gucken, was er macht, ob die Angebote da sind. Das ist es eben, was du gesagt hast. Er hat sich bei Feyenoord fit gehalten, wollte eigentlich den größeren Schritt machen. Und jetzt frage ich mich nach dieser Saison bei Hertha, ja, was könnte überhaupt der nächste Schritt sein? Vielleicht eine Rückkehr in die Niederlande, in seine Heimat. Aber letztes Jahr sich er bei Feyenoord fit gehalten, die sind ja Meister geworden, die hatten ja anscheinend dann auch nicht so wirklich Interesse an ihm. Bin gespannt. Er wird auch selber ausloten. Was kriege ich für Angebote? Wenn ich nicht ansatzweise das kriege vom Gehalt und von der Liga, was mich interessiert, dann kann er ja auch bei Hertha bleiben. Zwar weniger verdienen, aber immer noch gut verdienen. Mal gucken, was da passiert. Wir werden da relativ bald ja dann Bescheid wissen. Ja, André Silva, damals super bei Frankfurt gewesen. Dann zu Leipzig gewechselt, aber nie so wirklich angekommen, muss man einfach so sagen. Also zumindest hat er nie wirklich daran anknüpfen können, was er bei Eintracht Frankfurt geleistet hat. Lag teilweise auch am Spielsystem, ist er da nicht perfekt reingepasst hat. Aber ich hätte damals ja gedacht, der ist ja dann relativ, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube 26 Millionen oder so gewechselt, war unter Marktwert. Und ich dachte, boah, da hätten die echt mehr rausholen können. Jetzt im Nachhinein sagt man aber, ganz guter Transfer. Leipzig wollte ihn jetzt wohl abgeben oder will ihn abgeben, würde knapp 20 Millionen jetzt nur noch verlangen. Hat sich aber allerdings einen Muskelbündelriss zugezogen und im Gespräch waren für André Silva, Atletico, Madrid und Benfica aus seiner Heimat mit Roger Schmidt, die ja auch wieder Meister geworden sind und eine gute Saison gespielt haben. Das Interesse soll jetzt wohl etwas erkaltet geworden sein. Könnten wir bei André Silva, wie gesagt, auch, was heißt, wie gesagt, könnte mir da auch weiter die italienische Liga vorstellen. Da kam er ja auch mal her von AC Milan. Was sagst du zu André Silva? Ich glaube nicht, dass wenn er wechselt, dass er in der Bundesliga landet. Was sagst du? Also wenn er in der Bundesliga landet oder irgendwo nochmal einen Schritt machen will oder sagen wir mal, da würde was passieren, dann könnte der vielleicht nochmal auftauchen, wenn Mourani wechselt von Frankfurt und die dann eben sagen, okay, jetzt können wir André Silva billiger kriegen, als für was wir selber damals bezahlt haben oder bekommen haben. Und dort hat er ja schon mal funktioniert. Also sowas könnte ich mir vorstellen grundsätzlich. An erster Linie muss er erstmal jetzt wieder fit werden. Also die Verletzung muss halt ausgerührt werden. Und da muss man schauen, was dann da geht. Aber ja, so jetzt gerade, ich meine, er hat einen Marktwert noch von 20 Millionen. Er hat sich mal einen geschätzten Marktwert von 45 Millionen. Das war auch das, was du gerade meintest, wo er deutlich drunter gewechselt ist. Aber ich habe damals schon, wir haben mal über ihn geredet am Anfang unserer Talks. Da haben wir auch damals gesagt, ja, wie wird er sich bei Leipzig machen? Also da habe ich damals schon gesagt, ich sehe den nicht als diesen Transfer, den viele sehen. Und bin bis heute auch der Meinung, dass das nicht gepasst hat, Silva. Und Leipzig auch vom Profil her nicht gepasst hat. Das habe ich von Anfang an auch bei ihm gesagt. Und ich glaube persönlich, das nehmen wir jetzt mal an. Ein Verein wie Benfica zum Beispiel, die wäre nach der Verletzung trotzdem interessiert, würde deutlich besser passen. Marktbettsteigerung würde ich da wieder sehen. In Frankfurt, wo er schon mal funktioniert hat, würde auch grundsätzlich passen. Aber auch bei Frankfurt muss man sagen, das Spiel ist schneller geworden. Also auch da ist es vielleicht dann der bessere Schritt, sogar zu Benfica eher zu gehen. AC Milan sehe ich auch. Italienische Liga allgemein würde ich da sehen. Ja, aber wie gesagt, an erster Linie muss er natürlich sich erstmal auskurrieren. Acht Scorer an 31 Partien. Das war halt jetzt seine Leistung. Bei Benfica wäre auch die Frage, geht Gonzalo Ramos, dann könnte er halt ein Ersatz dafür werden, weil der ist ja auch bei vielen Top-Vereinen im Gespräch, hat ja auch eine tolle Saison gespielt, auch noch sehr junger Stürmer. Ja, mal schauen, wo er am Ende dann landen wird. Ja, und dann gibt es noch zwei Namen, die für mich richtig, richtig tolle Spieler sind, die aber teilweise noch, ich will jetzt nicht sagen underrated, weil jeder, der Fußball guckt, weiß, wie krass sie sind, aber trotzdem im Verhältnis zu manchen anderen Spielern hätten die noch viel mehr Fame, sage ich mal, verdient. Und an den beiden ist Newcastle dran. Also Newcastle sucht wohl zwei zentrale Mittelfeldspieler. Newcastle, für meine Begriffe, kannst du ja davon halten, was du willst, mit dem ganzen Geld, was sie da bekommen haben, aber sie haben es unfassbar gut und clever gemacht. Erstmal diese Saison, wo sie fast abgestiegen sind, wo sie Trippier verpflichtet haben, was wirklich eine absolut entscheidende Verpflichtung war, der bei Atletico gar nicht funktioniert hat. Und jetzt sind sie an Nicola Barrella von Inter, der ja im Champions-League-Finale war, zentrales offensives Mittelfeld, und James Madison interessiert. Und bei Nicola Barrella werden wohl um die 60 Millionen Euro gehandelt, laut Sky. Hat jetzt schon einen Marktwert von 70 Millionen Euro, einen Vertrag bis 2026. Das wäre für meine Begriffe ein sehr, sehr krasser Transfer. Nicola Barrella, wettbewerbsübergreifend, weil ja Inter auch ins Finale von der Champions-League kam, 41 Partien absolviert, neun Tore, neun Vorlagen, sehr, sehr technisch stark, passsicher. Trotzdem kann er auch gut arbeiten, kennt man ja aus der italienischen Liga. Und James Madison, habe ich ja neulich schon drüber gesprochen, unfassbar guter Spieler für mich, der schon viel früher hätte zu einem Top-Club wechseln müssen, auch sehr flexibel einsetzbar. ZOM, links außen, rechts außen, kann auch hängende Spitze, hat ja nur noch ein Jahr Vertrag und ist mit Leicester abgestiegen. Also das wären für meine Begriffe zwei richtig krasse Verstärkungen für Newcastle. Also wenn es nur bei einem davon bleibt, dann sage ich eher sogar Madison. Persönlich glaube ich, dass bei der A auch wahrscheinlich nochmal vielleicht ein Stück weit günstiger zu haben ist als Barrella. Barrella mit einem 75 Millionen Marktwert, plus bei Inter wirklich da, ja, also sich so ein bisschen auch im Vordergrund vielleicht auch gespielt. Ich weiß nicht, was da für eine Summe aufgerufen wird, ohne dass jetzt, klar, Newcastle wird das zahlen können, darum geht es nicht. Aber ich glaube, dass man schon irgendwo ein Stück weiter Abstriche machen muss. Beide wären natürlich geisteskrank. Das wäre halt auch ein Riesenbudget. Was hast du für ein Budget für die zwei Spieler eingerechnet? 150 Millionen plus mindestens. Das muss man ja da sagen. Das ist schon geisteskrank. Aber natürlich wären das sehr, sehr interessante Transfers. Bei Madison haben wir ja erst vor kurzem geredet. Ich habe auch gerade eben nochmal geguckt, weil ich nicht mehr genau wusste, wie viel man da bezahlt hat. Das war auch ja damals so ein Ding von Newcastle, letzte Saison glaube ich ja erst, wo die Alexander Ischak geholt haben, mit einem 30 Millionen Marktwert, mal so um es zu vergleichen, gerade Barella hat 75. Ischak hat man geholt, mit 30 Millionen Marktwert 70 bezahlt. Was zahlst du für Barella? Weißt du? Also es ist so geisteskrank. Wie bei Sky, wenn es wie bei Sky kolportiert ist, wirklich 60 Millionen sein sollten, dann müssen die das auf jeden Fall machen. Gerade bei dem Vergleich, den du gerade angestellt hast, wäre super. Würde man sich fast wundern, warum Inter denen für das Geld abgibt. Ischak habe ich auch damals gesagt, viel zu teuer, aber hat echt krass performt. War dann auch zwischenzeitlich ein paar Mal verletzt, aber hat echt gut gespielt bei Newcastle, muss man so sagen. Und wenn du jetzt mal den Vergleich anstellst, wäre viel Geld. Ich weiß nicht, was für Madison aufgerufen ist, hat ja nur noch ein Jahr Vertrag, ist abgestiegen. Vielleicht gar nicht mal so viel. Das wäre vielleicht sogar im Verhältnis ein Schnäppchen. Sagen wir mal, die geben zwischen 110 und 150 Millionen aus und dann ziehst du den Vergleich zu Arsenal. Die haben Declan Rice für 117 Millionen geholt und holen vielleicht noch Kai Havertz für 70 Millionen. Da bist du ja schon auf jeden Fall in einem anderen Preissegment für zwei Mittelfeldspieler. Also Newcastle bin ich sehr gespannt. Jetzt auch international, was sie nächstes Jahr reißen werden. Absolut, ich auch. Ja, dann haben wir es. Oder ist irgendwas Neues in der Zeit noch rausgekommen? Nee, also nicht, dass ich wüsste. Ich habe hier nur gelesen, dass Arslan von Holstein Kiel ein Verantwortlicher gesagt hat, dass es da wohl keinen Kontakt zu Hertha gibt. Das hoffe ich mal nicht, dass das stimmt. Ich hoffe sehr, dass wir den verpflichten. Gerade wenn Boetius uns verlässt, wäre das natürlich ein günstiger, cooler Ersatz. Mal gucken, wir brauchen jetzt mal hier langsam Hertha-Transfers und nicht nur Gerüchte. Ja, wobei das natürlich auch sehr viel Spaß macht zu spekulieren. Natürlich. Aber natürlich würden wir uns auch freuen, wenn wir ab und zu wieder einen fixen Reimer können bei unseren Klubs, weil Quatscheng ist ja auch so gut wie fix jetzt wieder. Wir haben ja immer wieder auch fixe dabei, aber halt nicht bei Hertha oder Werder gerade. Wobei, ich muss da ja ruhig sein noch. Jetzt mit Naby Kechter, die haben wir gut vorgelegt. Und ich bin auch sehr, sehr glücklich. Aber klar, man ist, glaube ich, in der Transferzeit immer so ein bisschen angespannt. Und immer will man so ein bisschen, was geht als nächstes. Aber die Transferzeit ist halt noch lang. Wir haben jetzt den 15. Juni. Im Juni läuft es ja meistens erst mal heiß. Und im Juli geht es ja dann richtig los. Vor allen Dingen in der Vorbereitung, weil man dann oft noch mal sieht, oh, mit dem planen wir vielleicht doch nicht mehr oder da und da brauchen wir vielleicht noch. Ja, da kann es auf jeden Fall noch mal heiß werden. Und Verletzungen, die ins Spiel kommen. Plus große Transfers, die jetzt gerade alle im Hintergrund gemacht werden. Dieser Domino-Effekt, der kommt ja auch alles noch. Also da wird noch eine Menge kommen. Aber, ja, ich meine, es ist noch früh, das kann man sagen. Aber es ist für mich auch gar nicht so früh, weil in zwei Wochen, nicht mal zwei Wochen, unser Trainingsstart ist. Und in knapp sechs Wochen, fünf Wochen ist der Start der zweiten Liga. Also wir haben natürlich auch zwei Wochen weniger Zeit als eher. Aber wir gucken, was passiert. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Lasst gerne ein Like da und eure Meinung, vor allem zu den Spielern. Ich meine, Quarteng ist, glaube ich, schon ein Spieler, über den man reden könnte oder diskutieren könnte. Und morgen gibt es natürlich auch wieder ein Update-Video. Braucht ihr euch gar keine Sorgen machen. Danke für euren ganzen Support. Dass das so toll ankommt. Weil wir haben ja gesagt, wir haben ja eigentlich erst vor knapp ein, zwei Wochen mit diesem Format angefangen. Und wir haben ja beide gleich so gesagt, ey, das macht so viel Spaß. Hoffentlich gefällt euch das. Und das ist umso cooler, dass ihr das so annehmt. Da ist man natürlich mega motiviert, jetzt jeden Tag so ein Video zu machen. Und ich finde es übrigens auch sehr geil, dass ihr das auch so ähnlich seht, wie wir mit den Vereinen. Wir reden ja wirklich eigentlich so über alles Mögliche. Vor allem im Hinblick erste, zweite Liga versuchen wir immer alles abzudecken und dann immer so verlarrend noch. Aber diesen Kontrast, viele haben ja dann auch gesagt, das ist mal was anderes, als eben nur über Bayern oder Dortmund zu sprechen. Und deswegen ganz viel Liebe nochmal. Liebe geht raus. Bis morgen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.